Ich mit den Armen habe nachgedacht, höre dein Herzschlag und wie der Morgen erwacht. Fühle deinen Atem auf meiner Haut, deine Berührung ist mir so vertraut. Warum hast du mir das angetan? Hab dich vertraut, dir alles geglaubt? Hast meine Liebe reichs Kalt missbraucht? Hab dich vertraut. Betrachte deine Lippen, streif sie sacht, bewege mich lautlos, damit du nicht aufwachst. Ein letzter Blick auf das war, der Bruch zwischen uns ist nicht mehr heilbar. Hab versucht zu vergessen, nach vorne zu sehen, nicht erst klein zu werfen, alles einfach zu drehen, wollte dir glauben. Spar dir die Worte von Liebe und Glück, wurde lang belogen, für mich gibt's kein Zurück. Nehme meine Sachen und gehe durch die Tür, unsere Zeit endet jetzt hier. Warum hast du mir das angetan? Hab dich vertraut, dir alles geglaubt? Hast meine Liebe reichs Kalt missbraucht? Hab dich vertraut. Warum? Warum, 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 warum Untertitelung des ZDF, 2020